Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute möchte ich euch einen kurzen, naja, einen kleinen Einschub zeigen und zwar Lambda-Funktionen. Lambda-Funktionen sind etwas, das wir bald brauchen werden. Nicht im nächsten Kapitel, aber in dem Kapitel danach. Und es gehört eigentlich zu Funktionen. Ich habe überlegt, das erst zu den fortgeschrittenen Funktionsdingern zu packen, aber wir brauchen es davor schon definitiv. Das heißt, es scheint nicht so unwichtig zu sein und deswegen ist es bei den mehr oder weniger Grundlagen von Funktionen dabei gelandet. Und ja, was Lambda-Funktionen sind, sind im Endeffekt eigentlich nur ganz stinknormale Funktionen, nur in einer anderen Schreibweise. Das heißt, wir definieren uns Funktionen innerhalb einer Zeile. Das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Dieses Mal machen wir es ohne das Schlüsselwort Fun und behandeln sie als wären es Variablen. Und das ist der einzige große Unterschied. Ihr kennt noch die einzeiligen Funktionen. Ich schreibe hier mal eben eine hin. Fun add von a vom Typ int und b vom Typ int ist gleich a plus b. Okay? So, das ist natürlich ungünstig, wenn ich da schon eine so genannt habe. Add me, nennen wir sie jetzt einfach mal. Genau. Das heißt, wir haben hier eine Funktion, die nur eine Zeile lang ist. So, jetzt seht ihr diese Schreibweise eigentlich schon fast identisch. Was wir jetzt machen ist, wir formulieren das um, sodass es eine Variable ist. Das heißt, wir sagen hier, hey, das ist eigentlich ein Value. Also keine Funktion mehr, sondern ein Value. Im Endeffekt sagt uns dieses Function vorne dran oder dieses Fun vorne dran auch nicht besonders viel aus, außer dass jetzt hier eine Funktion kommt. Aber im Endeffekt kann man Funktionen auch als Variablen behandeln. Und das ist genau das, was jetzt diese kleine Umdenkensweise von euch erfordert. Aber es ist eigentlich nicht schwer. Also denkt euch einfach, hier würde Funktion stehen. So, das heißt, wir haben hier einen Value oder eine Funktion x. Beziehungsweise wir nennen sie jetzt auch hier add me, nennen wir sie add me twice. Und was wir dann machen, ist wir sagen, okay, das ist eine Funktion. Nun ja, das heißt, wir wollen hier is gleich schreiben. Und der Typ, der soll automatisch inferiert werden. Das heißt, der soll automatisch wieder erzeugt werden. Wir wollen hier keinen Typ für diese Funktion angeben. Das geht, aber es ist, naja, nicht einfach. Das mache ich dann im fortgeschrittenen Bereich, definitiv. So, das heißt, was hat denn erstmal eine Funktion? Und jetzt kommt hier der kleine Unterschied. Wir brauchen hier diese geschweiften Klammern auch, wenn man sie da oben nicht gebraucht hat. Wir brauchen zwei Parameter. Dann nehme ich a vom Typ int und b vom Typ int. Achtung, diesmal kommt alles in die geschweiften Klammern rein. Und dann bilden wir sie ab auf die Funktion. Das heißt, wir sagen hier, schau mal, so sollen die berechnet werden. a plus b, okay? Und das ist im Endeffekt eure Funktion jetzt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber es ist im Endeffekt genau dieselbe Schreibweise. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt eine Lambda-Funktion. Das ist eine Lambda-Funktion. Man bezeichnet dieses a und dieses b als Lambda-Variablen. Und diese beiden sind im Endeffekt genau dieselben Parameter wie hier auch. Es ist eins zu eins dasselbe. Und das hier ist im Endeffekt eins zu eins das, was da steht. Ihr könnt hier reinschreiben, was ihr wollt. Genauso wie ihr hier reinschreiben könnt, was ihr wollt. Aber im Endeffekt ist das genau dasselbe. Nur, dass es eben anders dargestellt wird. Und in einer Variablen gespeichert wird. Okay? So, das bedeutet, was wir hier machen in dieser Funktion ist einfach, wir nehmen a, wir nehmen b und wir addieren sie aufeinander. Und das ist das Ergebnis von dieser Funktion hier. Der Funktion addMeTwice. Das funktioniert genauso mit addMe. Aber wir nehmen jetzt einfach hier diese Funktion addMeTwice. So. Wie wir das ganze Ding aufrufen? Naja, wie eine ganz normale Funktion. Das heißt, wir sagen hier, hey, mein Ergebnis ist gleich, oder besser gesagt result sollten wir es nennen, ist gleich, ja, wie ruft man eine Funktion auf? AddMeTwice und Klammer auf. Und dann sagen wir hier, wir wollen 42 und 1337 aufeinander addieren. Und dann wollen wir das Ergebnis ausgeben. PrintLine Result. Das heißt, nichts Neues beim Aufrufen. Alles genau gleich geblieben. Nur, dass eben dieses addMeTwice jetzt eine Variable ist und keine direkte, also man sieht es nicht direkt diesem addMeTwice an, dass es eine Funktion ist. Und wenn wir das ausgeben, dann sehen wir hier, dass es genauso das richtige Ergebnis liefert, wie wenn wir das mit addMe machen. Ja, also mit addMe funktioniert es genau gleich. Bam, genau dasselbe. Und ich mache jetzt hier einfach mal folgendes, damit ihr auch das Ganze schön in eurem Skript zur Verfügung habt. Wir sagen hier, okay, wir wollen das Ganze vergleichen. Wir wollen sagen, addMe von 42 und 1337 gleich gleich Result. Und wenn hier nicht true rauskommen würde, dann wäre jetzt offensichtlich gerade was falsch gelaufen, denn dann wären diese beiden Funktionen nicht absolut identisch. Sie sind es aber und deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Wunderbar. Das heißt, so funktionieren Lambda-Funktionen. Ihr werdet sie aktuell noch nicht brauchen. Wir werden sie aber bald brauchen, wenn es dann spätestens in die Collections reingeht. Und in diesem Sinne hören wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.